Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute ist die Aufgabe Finde Zwerge bei den heimeligen Hügeln. Und ja, es ist ganz einfach. Als erstes, ich zeige euch auf der Karte, wo das ist. Und zwar hier oben. Hier ist der erste. Einfach finden. So, der zweite ist dann auch direkt hier vorne dran in diesem Haus. Jetzt zeige ich auch genau, wo der steht. Die sind auch alle drei in der Nähe. Das heißt, man muss hier auch nicht das in mehreren Runden machen, sondern auf jeden Fall nur in einer Runde. Der steht einfach hier. Wir nehmen uns ganz gut noch die MP mit. Okay, da die Falschtür. Hier ist die richtige. So, und der letzte Zwerg, somit, dass ihr die Aufklärung geschafft habt, ist dann hier hinten. Jetzt laufen wir ganz kurz hin. Jetzt ist es im roten Haus dann drin. Falls auf jeden Fall keine Aufgaben mehr verpassen wollt in der neuen Season, könnt ihr gerne abonnieren. Ich werde die jetzt auf jeden Fall öfters hochladen. Also hier die Aufgaben. Und ja, also gehen wir kurz hier rein. Die Pumpka mit. Und da seht ihr schon da hinten. Hier steht halt der letzte Zwerg. Haben wir alle eingesammelt. Plus 35.000 XP. Und ja, das war's für heute Video. Haut rein und ciao. Schaut auf! Schaut auf! Vielen Dank.